Häufig wird beim Thema Reisekreditkarten auch über die Amex Platinum Kreditkarte gesprochen. Doch schauen wir uns heute mal genauer an, wann und für wen sich die Karte lohn bzw. für wen es durchaus Sinn machen kann oder auch nicht. Gerade in der Reise- und Travel-Hacking-Bubble wird häufig von einer Amex Platinum Kreditkarte gesprochen. Und gerade Kreditkarte-Neulingen wird hier der Eindruck unterschwellig suggeriert, jeder muss diese Kreditkarte haben. Aber ist es wirklich so? Das schauen wir uns jetzt genauer an, also bleibt dran. Und ich möchte euch das möglichst neutral rüberbringen, wenngleich ich auch selbst die Karte natürlich nutze. Und wir beziehen uns übrigens auf die Privatvariante und nicht die Business-Variante. Ja, ich fange also gleich zu Beginn mal mit den offensichtlichen Nachteilen an, damit diese Folge nicht Gefahr läuft, als Werbesendung rüberzukommen. Und gleich zu Beginn fallen uns hier häufig die hohen Kosten von 720 Euro ins Auge und die schrecken auch die meisten im ersten Schritt auch wirklich ab. Ja, was natürlich auch noch nicht zu vernachlässigen ist, ist die Akzeptanz von Amex. Und die kann mit Mastercard und mit Visa einfach nicht mithalten. Die ist nicht so gut und ist verbesserungswürdig. Dazu habe ich übrigens eine eigene Folge gemacht, die verlinke ich euch hier. Ein weiterer Nachteil ist, es schimpft sich zwar Reisekreditkarte, aber es entsteht eine Fremdwährungsgebühr von 2% bei Zahlungen im Nicht-Euro-Ausland. Also, so richtig den Namen Reisekreditkarte hat es eigentlich nicht verdient. Aber, ja, wir schauen uns noch die anderen Benefits an. Da kommt natürlich schon dabei raus, dass es wirklich auch eine Reisekreditkarte ist. Aber, wie gesagt, diese Fremdwährungsgebühren, hey, das muss einfach nicht in diesem Maße sein. So, und dann kommen wir auch schon zu den Benefits. Und zwar aktuell von 65.000 Punkten ist die Rede, also als Willkommensbonus für die Neubeantragung der Kreditkarte. Und das ist natürlich schon eine Wucht, da kann man schon was mit anfangen. Aber für viele Neulinge ist es einfach nicht wirklich greifbar. Was steckt da für ein Gegenwert dahinten? Deshalb, lasst mich kurz zusammenfassen. Man kann damit Prämienflüge in der Business oder First Class buchen. Allerdings mit diesen 65.000 Punkten, die sind zwar schon viel oder hören sich viel an, aber um was Richtiges zu buchen, ist dann doch noch häufig zu wenig. Also, ihr könnt auf ausgewählten Strecken mit ausgewählten Airlines, häufig innerhalb von Asien als Beispiel, One-Way-Flüge in der Business Class oder in der First Class buchen. Halbwegs praktikabel ist ein Beispiel von Deutschland nach Doha in der Katar Business Class. Allerdings auch nur One-Way. Ja, das funktioniert. Aber, wie gesagt, nur One-Way und nur für eine Person. Also, wenn du zu zweit mit Partnern oder mit der Familie reisen willst, brauchst du deutlich mehr Punkte. Und für eine größere Auswahl, die eben halt praxistauglicher ist, also vom Heimatflughafen losgehend und auch einen Hin- und Rückflug, dass du auch wieder zurückkommst, da brauchst du halt erst so ab 100.000, 150.000 Punkten aufwärts, die du sammeln musst. Da kann es dann richtig Spaß machen. Dann liegt übrigens der Gegenwert auch schnell mal bei über 1.000 Euro. Weil, wie gesagt, ihr habt im Gegenwert eben einen Business Class-Flug, der halt 2.000, 3.000 Euro kosten kann. Im schlechtesten Fall, also über Payback ausgezahlt, liegt der Wert bei rund 216 Euro. Also, auch da kann man mit schon mal rechnen. Aber am Ende vom Tag muss man auch darauf hinweisen, der Bonus, der ist halt an den Mindestumsatz gekoppelt. Also, sprich, du musst zum Beispiel 10.000 Euro in sechs Monaten umsetzen mit der Kreditkarte, damit dieser Willkommensbonus auch tatsächlich freigeschaltet wird. Schaffst du es nicht, gibt es den Bonus nicht. Und ich kann das so trotzdem an der Backe. Und eben diese hohe Summe von 10.000 Euro, die musst du halt erst mal als Privatperson schaffen. Und dazu habe ich auch in meiner Academy Strategien, wie man das Spiel einfach machen kann. Aber man muss halt eben wissen, wie funktioniert das Ganze. Ein weiterer Benefit ist das 200-Euro-Reiseguthaben. Und zwar für Einlösungen für Hotels, Flüge, Mietwagen. Allerdings immer über 200 Euro. Also, so ganz umsonst ist es also nichts, sondern du kannst halt eben nur stark vergünstigt deine Sachen buchen. Denn du musst in einer großen, ungestückelten Buchung dieses Guthaben einlösen. Also, du musst mindestens über 200 Euro irgendwas buchen, von den genannten Sachen. Und dann kannst du diesen 200-Euro-Kredit annehmen oder diese Vergünstigung umsetzen. Also, du kannst jetzt nicht eben was für 50 Euro buchen und dann nochmal für 50 Euro und dann für 100 Euro, wo dann dreimal umsonst wäre. Nein, du musst mindestens über 200 Euro für den Gegenwert buchen. Also, Hotel zum Beispiel für 250 Euro die Nacht, kriegst du 200 Euro abgezogen, hast du 50 Euro gespart. Musst du vergleichen, ob es auf anderen Drittanbieter-Plattformen günstiger oder teurer wäre und dann abwägen, wo es Sinn macht, das zu kaufen. Wenn du jetzt nur irgendein Hotel buchst, was du sonst gar nicht gebucht hättest, nur um den Bonus einzulösen, weil du sagst, okay, ich buche nur Hotels für um die 100 Euro die Nacht und jetzt musst du eins für 200, 250, 300 Euro, noch mehr Euro pro Nacht buchen, nur damit du diesen Bonus anwenden kannst. Ja, da musst du dich fragen, wenn du es nicht sonst auch gemacht hättest, dann zählt für mich dieser 200 Euro Bonus nicht wirklich. Dann ist es zwar ein nettes Gimmick, aber du musst, wie gesagt, für dich prüfen, ob du es auch sonst buchen würdest, wenn du diesen Bonus nicht hättest. Und aktuell gibt es natürlich auch noch durch die Amex-Partnerschaft mit Condor unbegrenzte Zuschüsse für deine Condor-Flüge, die du über den Amex-Reiseservice buchst. Und da gibt es bis zu 100 Euro pro Strecke in der Business Class oder 50 Euro pro Strecke in der Ökonomie. Das Ganze ist unbegrenzt aktuell, also zeitlich bis Anfang nächsten Jahres, aber von der Häufigkeit unbegrenzt. Das heißt, wenn du sehr viel Condor fliegst, jetzt hier in diesem Jahr noch, dann kann es sich natürlich schnell lohnen, weil, wie gesagt, bei 100 Euro pro Strecke pro Business Class oder selbst 50 Euro bei der ECO, da kommt halt schnell mal was zusammen. Aber, wie gesagt, dazu musst du halt auch Condor fliegen. Und wichtig, du darfst nicht über Condor direkt buchen, sondern musst über den Amex-Reiseservice gehen. Ein weiteres gutes Benefit, was man theoretisch gut nutzen kann, sind die 150 Euro Restaurantguthaben. Allerdings sei dazu gesagt, nur in ausgewählten Restaurants ist es einsetzbar. Und halt auch nicht in jeder Stadt. Dazu wohnst du jetzt irgendwo abseits von einer großen Stadt, kannst du es nicht nutzen, weil es bei dir diesen Bonus nicht in Restaurants, in Partnerrestaurants gibt, sondern müsstest du in die nächste größere Stadt, ich will jetzt nicht sagen größere, aber größere Stadt gehen, um dort überhaupt ein Restaurant zu finden. Oder, was auch sich bei mir zum Beispiel bewährt, ist die Kette Blockhaus oder Alex, die Restaurantketten, die sind in vielen Städten vertreten und die sind auch Partner von diesem Restaurantguthaben. Da kann man es einlösen. Aber du musst halt eben eins von den Restaurants oder auch viele weitere Restaurants, es sind auch Sterne-Restaurants teilweise dabei, die dann halt auch hochpreisiger sind, das musst du in deiner Nähe haben und natürlich auch dann entsprechend nutzen können. Kommen wir zu einem weiteren Guthaben und zwar dem 120-Euro-Streaming-Guthaben, also umgerechnet 10 Euro im Monat für Netflix und Co. Und ja, das dürfte sich tatsächlich für viele in der Praxis auch lohnen. Ein weiteres Guthaben, das sich in der Praxis nicht wirklich lohnt, ist das 200-Euro-Six-Sprite-Guthaben, nur noch, ich sage noch in Anführungszeichen oder in Klammer, für Limousinenfahrten. Denn früher waren es auch Taxifahrten mit dabei, ist heute nicht mehr. Und diese Limousinenfahrten sind natürlich tendenziell teurer als ein Taxi und damit für viele leider nicht praktikabel. Ich selbst nutze es ab und zu mal auf Reisen, gerade vom Flughafen am Zielort in die Stadt zu kommen. Dafür kann ich es anwenden, aber es funktioniert halt auch nicht in jeder Stadt. Von daher eher eingeschränkt und so richtig zählen würde ich es nicht für die meisten von euch, aber ihr müsst für euch natürlich am Ende selber durchrechnen. Kommen wir zum nächsten Benefit und zwar dem Priority Pass. Ja, ich habe auch gerade selber festgestellt, der ist ein bisschen wertvoller geworden. Der ist jetzt von 398 Euro auf 459 Euro wohl hochgesetzt worden in den vergangenen Wochen und damit bei zwei Launchpässen beziehungsweise bei zwei Priority Pässen, weil für dich als Hauptkarteninhaber und mit der Partnerkarte liegst du dann bei einer Ersparnis von in Summe 918 Euro. Und das ist natürlich eine richtig coole Investition in über 1400 Flughafenlounges weltweit. Das heißt, damit kannst du entspannt vom Abflug in der Lounge warten, bei Essen, Trinken, WLAN, teilweise sogar Duschen. Das ist sehr angenehm im Gegensatz zum vollen Gate, wo es laut ist und viel Hektik herrscht. Also es ist eine tolle Sache, aber du musst es halt auch nutzen und viel fliegen. Wenn du nur zwei Flüge im Jahr hast in Urlaub, ja, dann rechnen sie es nicht wirklich. Dann kannst du auch die zwei Launchzugänge einzeln für 30, 35 Euro kaufen. Da bist du definitiv billiger und günstiger bedient als eben mit diesen zwei Launchpässen in der eher teuren MX Platinum Kreditkarte. Ja, es hat einen Vorteil. Du kannst auch in eine Lounge gehen, obwohl du keine Business Class oder First Class fliegst und auch keinen Vielfliegerstatus hast und gleichzeitig sogar noch mit einer Low-Cost Airline unterwegs bist. Ja, damit kommst du in die Lounges rein, aber du musst es halt für dich rechnen. Wie gesagt, eine gewisse Anzahl an Flügen solltest du tun, damit das auch vom Gegenwert hier sich zusammenrechnen lässt. Und ein weiteres, ich sage mal ein kleines Manko ist natürlich, je nach Flughafen musst du auch schauen, ob es eben eine von diesen Priority Pass Lounges oder Partner Lounges gibt, bei denen du Zutritt hast. Ein Beispiel von Frankfurt ist es halt in Terminal 1 nicht so wirklich gut, weil da ist die Lounge noch vor der Sicherheitskontrolle. So, das heißt, wenn du dann aus der Lounge gehst, völlig entspannt und dann noch durch die hektische Sicherheitskontrolle musst, da kommst du komplett unentspannt am Flugzeug an oder am Gate an, macht nicht wirklich Sinn. Am Terminal 2 sieht es besser aus, da gibt es mehr Auswahl. Am Terminal 1, ja, gibt es natürlich noch die Kooperation nicht mehr mit dem Priority Pass, sondern mit der MX Platinum Kreditkarte und den Lufthansa Lounges. Damit kommst du in Verbindung auch rein, wenn du ein Lufthansa oder ein Lufthansa Gruppenticket hast. Aber, wie gesagt, man muss es für sich halt vorher durchrechnen und schauen, wo gibt es eine Lounge, wo kann ich die nutzen und bin ich auch häufig genug unterwegs. Der nächste Punkt bringt uns zu den Hotelbonusprogrammen oder Mietwagenbonusprogrammen. Also am Beispiel der Hotelbonusprogramme gibt es zum Beispiel Marriott, Hilton, Reddison, Melia oder den GHA-Status. Damit gibt es zum Beispiel kostenloses Upgrades oder kostenloses Frühstück. Und dann musst du natürlich auch selber dir den Gegenwert ausrechnen, je häufiger du in den Hotels der Ketten übernachtest, desto größer wird auch der Gegenwert. Also wie gesagt, kostenloses Frühstück hat einen Gegenwert zwischen 10 und 50 Euro, je nachdem, in was in der Hotelkategorie du unterwegs bist. Aber du musst natürlich dann auch x-mal im Jahr übernachten, damit sich das auch für dich rechnet. Auch bei den Upgrades ist es genauso. So ein Zimmer-Upgrade hat einen Wert von vielleicht 10 bis 1000 Euro, je nachdem, ob es in eine Suite geht oder wo auch hin auch immer. Ja, das kann sich rechnen, muss aber nicht. Musst du für dich durchrechnen, wie häufig übernachtest du. Gleiches gilt auch für Mietwagen. Bei Six, Abis oder Herzt hast du eben den Status. Damit kriegst du kostenlose Upgrades, je nach Verfügbarkeit. Und da kommt es natürlich auch wieder auf die Anzahl der Anmietungen pro Jahr an. Also wenn du häufiger Mietwagen nimmst, häufiger Upgrades kriegst, die du natürlich dann als Einsparung irgendwo auch sehen kannst, dann kannst du es rechnen. Aber du müsstest auch halt den Gefallen haben, diese Upgrades oder Fahrzeugkategorien auch zu kaufen, wenn du dieses Upgrade nicht bekommen würdest. Nur dann rechnet es sich. Also wenn dir eigentlich egal ist, ob das Auto klein, groß, mittel, teuer, billig ist, was auch immer. Wenn es für dich halt ein Auto ist, dann ist vielleicht der Wert nicht so groß. Wenn du was sagst, du legst auf ein gutes Auto oder auf eine höhere Kategorie ein kostenloses Upgrade sehr viel wert, dann kann sich das durchaus rechnen. So, und das nächste Guthaben, was hier auf dem Plan steht, ist das 90 Euro Mr. Porter oder Netter Porter Guthaben, also für Marienklamotten. Aus meiner Sicht eher überteuerte Marienklamotten. Ja, wer die kaufen würde, kann das Guthaben gut nutzen. Wer halt eben jetzt nicht irgendwie unnötig für eine Hose oder eine Jacke Tausende von Euro ausgibt, der ist damit vielleicht nicht so gut bedient. Und ja, man kann natürlich jetzt auch schauen, diese 90 Euro teilen sich auf auf zweieinhalb Jahre und jeweils 45 Euro kannst du einlösen. Da musst du natürlich dann auch nochmal die Versandkosten abziehen. Ja, das heißt, da bist du ungefähr bei 36, 37, 38 Euro, was du an Warenwert haben kannst, dass du kostenlos aus der Nummer rauskommst. Kannst du jetzt irgendwie eine Packung Socken kaufen oder Unterhosen, die du vielleicht normalerweise für 5 Euro kaufen würdest. Die kosten aber in diesem Store 50 Euro, beziehungsweise 30, 40 Euro, ja, je nachdem. Da muss man halt rechnen, ob du es halt so oder so nutzen würdest, ja, ich meine, man findet immer irgendwas wie Socken oder Unterhosen oder was auch immer, was man brauchen könnte. Oder man hat halt komplett etwas anderes. Ich habe damals zum Beispiel auch irgendwie ein Sprungseil hier gekauft mal oder eben einen Ladeadapter, ja, für kontaktlos laden vom Smartphone. Da hat alleine, ich glaube, das Ladekabel schon über 30 oder sogar 40 Euro gekostet, was ich mir im Normalfall nie gekauft hätte, ja. Also ich würde bei Amazon oder bei Mediamarkt oder sonst wo ein günstiges Kabel kaufen, was den gleichen Zweck erfüllt. Also ich brauche doch kein Schickimicki. Ist meine persönliche Meinung, muss jeder für sich nutzen. Ja, man hat dieses Guthaben und bevor es verfällt, setzt man es für irgendwas ein, auch wenn man es nicht brauchen würde. So, und damit kommen wir dann auch schon zu den MX Offers, ja, das hört man ja auch öfters. Das sind einfach Cashback-Aktionen, also Gutschriften, die aber häufig an einen Mindestumsatz geknüpft sind. Und die Gutschriften oder die Zusammenarbeit mit den einzelnen Shops oder Marken, die werden natürlich von MX definiert. Also kannst du nicht frei aussuchen, sondern du kriegst halt was vorgegeben, häufig auch personalisiert. Und da musst du einfach schauen, teilweise sind über 100 Euro Mindestumsatz erforderlich, um dann halt 10 bis 20 Euro, ja, an Cashback zu bekommen, an einer Vergünstigung zu bekommen. Musst du für dich durchrechnen, wenn gerade ein Angebot da ist, was für dich passt, weil du zum Beispiel eine Flugbuchung über eine bestimmte Airline sowieso gebucht hättest, dann kann es natürlich durchaus Sinn machen, das dann über die MX Platinum Kreditkarte zu bezahlen, das Offer vorher zu aktivieren und das Cashback zu bekommen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel mit der Airline gar nicht fliegen würdest, sondern mit einer anderen Airline, Lufthansa und statt Air France, dann bringt dir dieses Air France Guthaben in dem Fall gar nichts, weil du fliegst ja mit denen eigentlich nicht. Ja, du kannst jetzt natürlich extra mit denen fliegen, aber wie gesagt, du musst halt einen Mindestumsatz machen. Also du musst erstmal Geld ausgeben und eventuell mehr Geld ausgeben oder einen Umweg in Kauf nehmen, um das dann sinnvoll nutzen zu können. Ja, und das bringt uns auch schon zum letzten Punkt, den Versicherungsleistungen von den Kreditkarten oder von der Kreditkarte. Ja, die MX Platinum Kreditkarte, die hat natürlich Top-Versicherungsleistungen, da kann man gar nicht meckern, da gibt es wirklich so viele einzelne Sachen, aber zusammengefasst ist es halt einfach so, du musst dich selber fragen, würdest du die einzelnen Versicherungsleistungen auch kaufen? Es kann natürlich sein, wenn du sagst, ja, Auslandsreisekrankenversicherung oder irgendeine Gepäckversicherung oder so, das würdest du auch holen, dann kannst du mal hier 50 Euro sparen, da mal 100 Euro sparen, ja, das summiert sich, wenn du es auch nutzen würdest. Ansonsten hast du eine Kreditkarte, die diese Versicherungen bietet, die dir eigentlich relativ egal sind, weil du sie gar nicht nutzt, weil du vielleicht sogar separat schon abgesichert bist oder weil du halt einfach sagst, okay, ich kann das gar nicht voll ausschöpfen. Da musst du halt für dich einfach entscheiden. Wie gesagt, es gibt ja auch andere Kreditkarten, bei denen sind auch Versicherungen inkludiert, aber die sind halt eher beiläufig. Also ich kenne jetzt keinen, der einfach nur wegen der Versicherung die Kreditkarte holt, ja, also bei der Privatvariante zumindest. Und da muss man halt einfach für sich durchrechnen, macht Sinn. Ja, was vorhanden ist, nutzt man natürlich gerne, aber dem jetzt einen richtigen Gegenwert zu geben, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und das bringt uns auch schon unterm Strich zum Fazit, ja. Also der summierte Gegenwert jetzt von den einzelnen Guthaben und Benefits, der lässt sich halt einfach nur individuell beziffern, ja. Kaum jemand, also wirklich kaum jemand kann alle Vorteile vollumfänglich ausschöpfen, selbst ich nicht, ja. Und da muss man sich dann halt einfach individuell fragen und anschauen, okay, welche Vorteile kann ich nehmen, kann dem einen Preis hinten dran setzen, kann es summieren und kann sagen, okay, wirtschaftlich lohnt es sich, wirtschaftlich aus Sicht, ja, ich schaffe diese 720 Euro Gebühren einfach, ja, wieder rauszuholen, aber die Frage ist halt, hey, musst du es auf jeden Cent genau alles rausholen? Ja, ist natürlich schön, wenn du es gut nutzen kannst, aber hey, du nutzt auch so oder so irgendeine andere Kreditkarte, die auch zwischen 0 und 100 Euro zum Beispiel im Schnitt kostet, ja, bei irgendeiner beliebigen Hausbank, ja, dann musst du überlegen, bei den 100 Euro sind dann Sachen, also Zusatzleistungen dabei, die du auch nutzen würdest, ja, nein, oder ist da halt das Ding blank und da ist halt nichts zusätzlich dabei, dann musst du aber trotzdem überlegen, diese 100 Euro, ich nehme es jetzt einfach mal als Durchschnittswert an für so eine Kreditkarte, ist es den Aufpreis von 620 Euro wert für diese Zusatzleistung, das musst du dann rechnen, ja. Mir ist übrigens wichtig, mit diesen Videos, die ich jetzt mache, in der Form, einfach transparent aufzuklären, denn der Name von der Karte, von der MX Platinum Kreditkarte, der wird einfach inflationär im Internet hier gebraucht und das suggeriert unterschwellig Neulingen, dass jeder diese Karte haben muss und das ist halt definitiv nicht so, du musst es für dich persönlich abwägen und dann das Fazit ziehen. Also, kurzum, rechne die Benefits für die einzelnen Leistungen einfach nach, was kannst du brauchen, was kannst du nicht brauchen und dann kannst du das Ganze auch neben dem eigentlichen Prestige der Karte auch mit harten Fakten untermauern und im Idealfall natürlich eine Wirtschaftlichkeit für dich selbst rechtfertigen, aber wie gesagt, du brauchst es nicht auf den einzelnen Cent rauspressen, damit es sich lohnt, sondern in Summe muss es für dich Sinn ergeben und wenn es passt, hey, go for it, ja, ansonsten dankend ablehnen. Schau dir am besten auch die anderen Kreditkartenvergleichsvideos von mir an, um einfach einen guten Überblick über die passende Kreditkarte zu bekommen, die es halt umfänglich auf dem Markt da draußen gibt. Und ja, wenn die Kreditkarte für dich passt, ich sage natürlich nicht nein, du darfst natürlich meine Arbeit gerne unterstützen und über einen meiner Affiliate-Links buchen, verlinke ich dir unten in der Beschreibung, aber es ist kein Muss, die Karte muss für dich passen und das ist das einzig Wahre, worauf du für dich selbst hören solltest.